Heute sind wir in Bad Rabenau und ganz genau in Dreschklingen. Grüß Gott bei Immer75. Mein Name ist Jens Stumpf, ich bin hier regionaler Immobilienberater. Heute kann ich Ihnen ein individuelles Einfamilienhaus anbieten. Ideal für alle, die das Außergewöhnliche suchen und Wert auf einen tollen Garten legen. Insgesamt ca. 120 Quadratmeter Wohnfläche auf einem traumhaften Grundstück mit 880 Quadratmeter Fläche lassen wahrlich keine Wünsche offen. Angefangen bei diesem XXL Wohnzimmer mit einer gigantischen Tiefe und hohen Decken. Dem gemütlichen Esszimmer, der praktischen Küche und einem gemütlichen Holzofen. Dem Badezimmer mit Wanne, Tageslicht, zwei Waschbecken, Toilette und noch genügend Platz für eine Waschmaschine. Einem weiteren Zimmer mit Zugang zum Garten und einem Gäste-WC. Und der Werkstatt hat der Eigentümer schon auf dieser Etage in dem Erdgeschoss richtig viel Platz, um sich zu entfalten. Im Obergeschoss gibt es in Summe drei Schlafzimmer, alle ausreichend groß und dementsprechend sinnvoll nutzbar. Der Keller ist von außen begebbar und verfügt über zwei Räume. Übrigens, Glasfaser liegt schon im Haus. Von der Straße über das Wohnzimmer und ein weiteres Zimmer gelangen Sie auf die Terrasse und diesen traumhaften Garten, der schon fast parkähnlich angelegt ist. Und selbst in dieser Jahreszeit absolut überzeugt. Ein El Dorado für alle mit einem grünen Daumen und ein echtes Paradies für Kinder und Tiere. Damit Sie sich vorstellen können, wie schön es hier im Sommer ist, blenden wir Ihnen nun ein paar Bilder des Eigentümers vom Sommer letzten Jahres ein. Selbstverständlich gibt es auch eine Garage, die momentan als Werkstatt genutzt wird. Und jetzt fahre ich ins Büro und freue mich auf Ihre Anfrage. Danke.